Akwuro, ein Cutter von mir, vom Kevin Wangers Kanal, der hat irgendwie Connection, Freunde in Richtung 187 und Akwuro hat einfach ein Feature-Part von Bones MC, Digga, als ob ja. Bones meinte zu Akwuro so, yo, bro, ich weiß, du bist der Cutter von Orange im Orange, ich kenn den, ich mag den auf Twitch, ist mein Lieblings-Streamer, meinte Bones MC, hat mir auf jeden Fall Akwuro erzählt. Und Bones MC hat gesagt, ey Akwuro, komm, ich mach dir ein Feature-Part für deinen Fun-Track, weiß ich meine, lass mal wirklich mal reinhauen, also lass mal reinhören, ob das wirklich so ist. Ich kann's halt echt nicht glauben, ich glaub's erst, wenn ich's höre, Digga, ich glaub, ohne Scheiß, eins der mir zustimmt, ich kann nicht glauben, dass Akwuro Real Talk ein Feature-Part von Bones MC angeblich hat, also du würdest Bones das machen. Aber wir warten einfach mal ab und wenn's, ich bin gespannt, Bruder, ich bin gespannt, ob das jetzt ein Fake ist oder ein Prank, hören wir mal rein. Hören wir mal rein, angeblich hat echt Akwuro ein Feature-Part von Bones MC bekommen, Digga. Fahre rein, 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 Fahre rein. Ist das gerade bei uns? Ne, ne. Das ist jetzt gerade das Akuro, angeblich kommt bei uns in der zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob das real ist. Ich bin gespannt, ob das real ist. Wann kommt Bones? Angeblich jetzt, Digga. Das Ding ist ganz cool, bevor jetzt gleich der zweite Part kommt, der angeblich von Bones ist, ich weiß es selber noch nicht. Man darf nicht vergessen, Stoned und Align, wer kennt den Track? Eins in den Chat. Stoned und Align, Salmon, die war unbekannt, Digga. Die kannte niemand. Die hatte 19.000, ne. Die hatte damals auf Stoned und Align, hatte die wenig Aufrufe und Ufo361 hat dann, weil er den Track so geil findet, gesagt, ey, weißt du was, komm, ich mach Feature. Und dann ging der Track durch die Decke. Und dann ging der Track von ihr durch die Decke, Digga. Seit diesem Ufo-Remix. Und Akuro hat wohl Kontakte, ist mein Cutter von Kevin Mengers, hat wohl Kontakte und Bones MC hat aus Witz, aus Joke, einfach, komm, ich mach den Feature-Part. Schnell ready. Und der kommt jetzt. Ich bin Akuro in uns verarscht, Digga, ich raste aus. Angeblich kommt jetzt Bones Part. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, wenn das jetzt Real-Talk-Bones ist, ne. Ja, ich rolle weiter durch die Stadt. Was? Blaulinks um mein Riss, ich zahlebar. Was? Beber Ringer, was du mir jetzt an? Was? Rund um 22 Zoll in Richtung Park. Ich bin drunk. Oha! Du hast einfach, du hast einfach Feature mit Bones, Digga. Oha! Halt mich, wie vibriert, sie will wissen, was ich mach. Fahr einfach um die Ecke. Es macht krass. Oha! Bruder, mein Cutter hat einfach Feature mit Bones. Einfach mein Cutter, Digga, von Kevin Bengers. Ey, Jungs, ihr müsst diese Message überall spreaden. Ihr müsst überall sagen, oh mein Gott, habt ihr schon, habt ihr schon mitbekommen? Orange im Orange ist ein Cutter Akwuro hat Feature-Part mit Bones. Die Leute, die sagen, es wäre Fake, die haben keine Ahnung. Bruder, die Leute, die sagen, es wäre Fake, sind einfach nur Neider. Die Leute, die sagen, es wäre Fake, sind einfach nur fucking Neider. Die einfach Akwuro nicht gönnen, dass er einfach Feature hat. So, f*** euch, Pech gehabt. Er hat halt Feature hier nicht. So ist es halt, Bruder, so ist es halt. Ja, ich rolle weiter durch die Stirn. Ja, ich rolle weiter durch die Stirn. Ja, ich rolle weiter durch die Stirn. Das Ding ist, du denkst... Nein, nein. Das ist doch gelaufen. Ja, ja, du lachst jetzt. Ich habe auch gelacht. Chat, wer dachte auch am Anfang wäre Fake? Ey, ich weiß nicht. Jetzt lass mich hier nicht mussten. Ja, ja, ja. Komm her, sitz ich auf meinem Schoß. Sitzchen. Ich schwöre, Bibi, ich habe selber nicht gerafft, wie er das gemacht hat. Akwuro. Das hört sich an wie Kaffa auf Endy oder wie die heißen. Ja, genau. Er meinte, er hat ihn angeschrieben aus Witz und er hat aus Witz in den MP3 geschickt und das ist dauerlich. Guck. Ja, ja, du lachst jetzt gerade noch. Du lachst gerade noch. Aber das ist Akwuro? Das ist Akwuro. Voll gut. Ja, das ist auch ein Hit. Richtig gut. Das ist ein Bänger, Alter, das ist ein Bänger. Geil, ne? Pass auf, es kommt wieder die Hook. Es kommt wieder die Hook. So. Wir haben es alle selber nicht geglaubt. Es ist wirklich cool. Krass, oder? Ja. Ja. Ist es nicht bei uns? Wollte ich verarschen? Doch. Es kam eine unbearbeitete MP3-Datei. Nö, doch. Es ist wirklich bom. Hör doch raus. Hör doch auf dem Akzent. Hör doch nicht. Das Ding ist, es ist halt wirklich bei uns. Du bist ein Bänger, Akwuro. Ich sag's dir. Du solltest wirklich ernsthaft Musik machen. Ja. Okay, ist es wirklich bei uns? Also das, was ich in den Screen-Show gesehen habe, ich hab's erst selber nicht geglaubt. Ich dachte, auch satt nachgemacht. Krank. Akwuro, heftig. Du solltest mal Kevin Tipps geben in der Rap, dass er sich auch so gut anhört. Das ist alles abgemischt. Das ist ein fertig produzierter Song. Ja, ich rolle weiter durch die Stahl. Rolling Summer ist nicht zahlebar. Wie du Ringer, was du mir jetzt sagst. Und um 22 Sollen Richtung Park. Ich bin dran. Damals hatte ich nix. Geld hat nicht gereicht. Heute geht's. Mama guck. Und ich bin beweich. Ich bin beweich. Ich bin beweich.